Hinter unserem heutigen Advent-Türchen haben wir Maxturen versteckt, sozusagen. Der Markus bietet nämlich ganz spezielle Wanderungen jetzt an. Sagst du mir, welche das sind, bitte? Das sind Stirnleuchten-Wanderungen auf der Frauenalpe. Wie kann man sich das kurz vorstellen? Ganz einfach, wir starten in der Dämmerung mit Stirnleuchten und gehen in die Nacht und kommen in die Nacht wieder zurück. Dauer ungefähr Stunde, eineinhalb Stunden. Also, mitmachen, weil hinter dem heutigen Türchen habt ihr die Chance, eine Person kann mit dem nächsten mitgehen. Wir wünschen euch viel, viel Glück, dann eine schöne Tour. Bis dahin, ciao, baba. Tschüss.